Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme. Let's Play Guild Wars 2. Ja, lang ist es her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe und irgendwie allgemein gab es eine ziemlich lange, riesig große Pause, die mir natürlich leid tut. Das sollte alles gar nicht so sein, wie es im Endeffekt wurde. Aber das macht natürlich nichts, denn das fällt ja eh keinem auf. Von daher ist es eigentlich auch ziemlich egal, dass ich so eine Ankündigung mache. Was soll's? Und diese Raptoren-Eier sammeln da wohl zu lange. Und ich hab, ich, ups, ich sollte den Ventilator mal ausstellen, das ist vielleicht vorteilhaft. Ja, das ist unerträglich. Oh, Veteran. Scheiße. Was mache ich eigentlich für einen Mist? Wieso greife ich den an? Ich Idiot. Scheiße. Hm, das hätte am besten eigentlich nicht so sein sollen. Oh, wir werden gerettet. Von wem? Ich will nicht mehr gegen die Kämpfer. Geht weg. Ha! Ausgetrickst. Damit haben sie nicht gerechnet. Oh Gott, die kommen hinterher. Lasst mich in Ruhe. Ich hab euch nichts getan. Was soll denn der uns jetzt? Lasst mich in Ruhe. Geht einfach nur. Da, da, da. Jawohl. Hab ich welche eingesammelt? Nö. Kack drauf. Ich verfolge meine Questen. Vielleicht sollte ich... Oh, mein Tiergefährter lebt wieder. Sehr gut. Nur totgestellt, was? Boom. Boom. Was haben wir eigentlich im Moment? Ich hab so ewigkeitlich mal gespielt. Unfassbar. Eigentlich viel zu lange. Aber was soll's. Ich muss da mal wieder reinkommen. Ich denk, der Moskito auch erwärzt, ne? Wir sind der Krieger-Waldläufer. Du kannst mich mal... Oh, da sind noch mehr. So viele Bäume. Alles meine Bäume. Ich hab zwar noch keinen Plan von den Berufen und so weiter, aber das ist scheißegal. Ich nehm einfach alles, mit was geht. Äh. Kommst du her? Ich hab Angst, wenn der da irgendwo hinrennt. Ich denk immer, der will dann irgendwas angreifen. So was zum Beispiel, wo ich dann reinrenne. Blocken, weil wir so cool sind und blocken können. Es ist uns eigentlich nichtsbringend, aber... Den will ich haben. Das sind Erfahrungspunkte. Und... Ich hab'n Punkt. Und ich renne eigentlich voll grad zu dem falschen Ding. Aber egal. Das macht mir eigentlich so ziemlich gar nichts. Ich sollte auf und zu blocken. Ich wechsle die Attacke immer. Na komm, geh drauf. Super. So muss das. Maga, das ist... 10 vor... 12. Und die sind draußen wieder voll aktiv. Findet Portalstöcke. Besiegt's grad, joa. Joa. Okay. Dürfen wir hinkriegen. Nein. Wieso bin ich eigentlich immer noch vergiftet? Und wieso sterb ich da ran fast? Hört doch mal auf. Das war nicht witzig. So. Da komm ich hier ran, ohne was. Ja. Super. Ich glaub' ich mach' einfach einwandfrei. Ich will sie nicht zum looten haben. Blöde Assis. Ich muss zugeben, ich bin ein ziemlich schlechter Weitläufer. Ich will den Bogen haben. Ich will mal schauen, dass ich irgendwo ein organisiert kriege. Ich hab' ne Käfer kaputtgemacht. Er konnte gar nichts dafür. So haben wir da noch Portalstöcke. Wenn die hier so einfach rumstehen, nehmen wir sie doch mit. So was lässt mir ja nicht einfach so liegen. Ey, das fällt echt unkühl. Lol. Hm, wir haben anscheinend an einem Event teilgenommen. Gut zu wissen. Ah, definitiv. Hat's richtig gebracht. Portalstöcke. Oh, nehmen wir auch mit. Ich muss ja im Endeffekt alles hier mitnehmen. Down. Ach, ich liebe es, wenn sie das Spiel so einfach ist. Wenn es jetzt nicht mehr so warm in meinem Zimmer wäre, dann würde es hier noch glatt Spaß machen. Aber nur so ein bisschen mehr. Das ist ja auch nicht irgendwie gefühlte 500 Grad hier oder so. Papalapap. Aber, da seht ihr, was wir alles auf uns nehmen für euch. Das Gute ist, dieser Part kommt frühestens am 11. Ne, am 12. müsste der hochgeladen werden. Also, am 12.8. Weil ich dann erst wieder richtig anfange hochzuladen. Das heißt, ich kann so viel vorproduzieren, wie ich möchte. Und die haben das abgefackelt, wie Monster. Genau, um euch das zu sagen, dass alles wird erst sehr, sehr spät hochgeladen. Aber vielleicht haben wir jetzt etwas zu viele gelockt. Oh, ihr werdet erfolgreich. Cool. Ich bin der Tank. Oh, das war ein Veteran-Skrid. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Wow. Hey, wir haben die Quest fertig. Jubel. Und so. Wir müssen eigentlich noch irgendwie ein Level hochkriegen. Hab ich jetzt die Portalstücke in meinem Evental? Toll Sache. Toll. Aha. Meine Crew steht kurz vor dem Durchbruch. Okay, hau rein. Eigentlich wollte ich zu dem laufen, ursprünglich. Vorher haben wir jetzt noch da, diesen komischen Aussichtspunkt. Wenn wir schon mal hier sind, komm ich noch am besten hoch. Ja. Kann sein. Nö, kein Stück. Ah, also außenrum. Hab ich hier eine Lauffähigkeit oder so drin? Nö, kein Stück. Naja, was soll's. Rennen wir halt den ganzen weiten Weg außen herum. Ist eigentlich irgendwie online. Nö, also halb. Ich bin eigentlich mega der Inaktive. Steht hier noch? Schade. Beim alten Gehtwas stand noch immer, wann man zuletzt online war. Das war ganz cool. Also wenn man sich eingeloggt hat, wann man davor das letzte Mal online war. Das war echt geil. Kann man schön die Aktivität testen. Nö. Nö. Scheiße, den Aussichtspunkt, den hol ich mir irgendwann anders. Oh. Mit gefühlten Level 80 oder so. Boom. Boom, Baby. Jawohl. Gibt's auch so viel, was wir uns holen können. Ach, da oben. Achso, was ist denn das? Kartoffeln. Was haben wir denn überhaupt für Beruf? Da fällt mir gerade mal ein. Handwerk. Waldmann und Läderer. Läderer. Na gut. Hab ich den schon? Ja, den hab ich schon. Schade. Na, dann kann ich mich auch hier hin porten. Das erspart uns Laufzeit. So, jetzt muss ich quasi dahin. Na gut. Dann laufen wir mal, Mäder. Bö, bö, bö. Wie ist mein Halt so? Ah. Es ist Sommer und ich krieg Halsschmerzen. Was ist denn das eigentlich? So macht man das. Gehe ich richtig? Ja, so halb. Aber dann muss ich an den Veteranen. Nee, ist kein Veteran. Gut. Die kriegen wir tot. Bei dem Veteranen hatten wir echt unsere Probleme. So machen das stolze Krieger. Schnetzeln sich durch die Reihen der Gegner. Nur wenn wir am Ende das Tier alles machen, dann. Machen zu locker. Ja. Jaguar oder das? Raptor? Hier war die, die mich in Gatewatch 1 immer verarscht haben, dass ich Dingskerne fahren wollte. Oder das Kern, ich weiß es nicht mehr. Ewig her. Ah, schöne Zeit. Oh, Jaguar. Haben will, haben will, haben will, haben will, haben will. Haben will. Geh weg. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Boom. Wir haben den Jaguar. Wurde auch langsamer Zeit. Nein, eigentlich nicht. Darauf habe ich es gar nicht abgezielt. Aber ich will ja am Ende des Let's Plays alle Tiere haben, die ich haben kann. Möglichst. Ob das hinhaut, ist so die Frage. Aber denke ich mal. Denn man muss es ja mal probieren. Das LP wird ja noch ewig Zeiten dauern. Befürchte ich. Na komm. Wir müssen uns ja hier irgendwie durchschnittlich entblocken. Ich weiß nicht, warum ich darauf immer wieder komme. Schneelocks. Oh. Das nenne ich Waldläufer. Hat einen geilen Bogen. Geile Rüstung. Na. Und ich pimmel hier mit meinem Schwert rum. Steicht das. Ich werde jetzt zum... Was macht denn eigentlich mehr Schadenausrüstung? Das macht 100, ne? Das haben... Ja, theoretisch ja eigentlich das Schwert. Aber ich will jetzt...